Okay, also die letzten Videos haben wir so ein bisschen für Aufruhr gesorgt und viele Fragen kamen auf, viele Meinungen kamen rein, wir gucken uns da mal die Impressionen an, ja, wir gucken mal auf die Frage, welche Börse sollte man denn jetzt nutzen, wie sieht das danach aus, nach diesem gesamten Skandal, ja, der tatsächlich jetzt schon seit über einer Woche auf uns lastet. Und ich dachte mir, hey, ich habe so unglaublich viele Videos bezogen auf das Thema gemacht, weil ich es eben sehr, sehr wichtig fand, wir haben sogar das FAQ verschoben, ja, was normalerweise immer am Sonntag kommt, deswegen dachte ich, wir ziehen das jetzt auf jeden Fall nach, machen das zum Mittwoch, also ganz, ganz entspannt gehen wir auf ein paar Fragen ein, auch auf ein paar Meinungen und Impressionen können wir uns das gerne mal angucken, ja. Und wir gucken uns auch eine Thematik an, und zwar Cointracking, das habe ich einem Zuschauer versprochen, dass ich daraus auch mal ein bisschen mehr eingehe, weil eben viele noch gar nicht wissen, hey, wie mache ich jetzt einen Krypto-Steuer-Report, haben vielleicht doch mehrere Börsen und sind danach ein bisschen verunsichert, ja. Ich muss ehrlich sagen, das hat mir auch sehr viel Zeit gekostet, sehr viel Nerven gekostet, aber ich würde mal sagen, wir starten sofort, ja, rein in das FAQ nach dem Disclaimer. Und ich würde das sogar heute als eine Sonderfolge betiteln, ja, wir sind jetzt mittlerweile in der sechsten Session von der FAQ-Serie, und zwar, wir benennen das heute mal die Impressionen aus dem Kryptomarkt. Und warum ich das Impressionen aus dem Kryptomarkt nenne, ja, das gucken wir uns dann gleich mal an, ich denke mal, das wird sehr, sehr schnell klar. Die erste Frage ist, die habe ich jetzt nicht mehr gefunden, aber ich weiß auf jeden Fall, dass diese gestellt wurde, welche Börse sollte man jetzt noch benutzen? Und diese Thematik ist natürlich auch so ein bisschen auf die Problematik zu führen, auf die gesamte FTX-Problematik. Ich denke mal, da muss ich nichts mehr zu erzählen, wenn du da noch sämtliche Fragen hast, dann guck dir gerne meinen Kanal an. Die letzte Woche habe ich gefühlt zehn Videos dazu gemacht und mein jetziger Fahrplan ist, dass ich erstmal Binance verwende, meinetwegen auch Krypto.com. Zu Krypto.com kommen wir auch gleich nochmal, ja, aber dass ich jetzt erstmal, solange die Situation noch nicht vorbei ist, und auch wenn es jetzt eben schon besser aussieht, auf jeden Fall ist die Sache für mich noch nicht vorbei. Deswegen möchte ich erstmal, dass hier Klarheit einkehrt und dann kann ich gerne wieder auch Börsen verwenden. Wir haben natürlich auch gesehen, Börsen haben wieder so Vertrauen zurückbekommen, besonders auf Krypto.com. Und in meinem Plan steht auch, dass ich in den nächsten, sagen wir mal, zwei Monaten, je nachdem, wie sich die Zeit jetzt ergibt, wie sich jetzt hier die Situation sich jetzt auch weiter fortschreitet, ja, dass ich mich dann natürlich auch mal ein bisschen umgucke, nach einer Börse, wo ich wirklich sehr fest dahinter stehen kann. Das ist mir persönlich sehr wichtig und ich denke mal, dann werdet ihr auf jeden Fall auch mehr in Zukunft erfahren. Habe ich ja ebenfalls auch schon mal thematisiert im letzten Video, wo ich meinte, dass es für den Kryptomarkt überhaupt nicht gut wäre, wenn wirklich Binance als extremer Sieger, als einziger Sieger hier aus der Situation her vorgehen würde, ja, und ich mich deswegen natürlich noch umgucke auf anderen Börsen. Aber wie gesagt, jetzt erstmal alles auch sofort auf den Ledger ziehen, weil die Zeit für mich ist immer noch sehr unsicher, muss ich sagen, deswegen habe ich lieber alles auf meinem Ledger, aber ja. Und kommen wir zur zweiten Frage und zwar von Daniels Blog, Crow Token kaufen, ja oder nein, 6 Cent sind echt ein Schnapper. Und mein Statement zu dem Zeitpunkt war, da war die Fahrt von Krypto.com sehr, sehr groß. Das war auch die Zeit, wo ich wirklich die restlichen Assets von Krypto.com auf meinen Ledger gepackt habe. Die anderen hatte ich schon ungefähr vor drei Monaten auf dem Ledger. Aber zu dem Zeitpunkt, wo wirklich die Angst am größten war bei Krypto.com, wo es auch wirklich hieß, Crow sind die Nächsten, können wir natürlich sehen, das war ein recht rapider Rückgang, natürlich auch krasser als bei anderen. Und das müsste ungefähr zu dem Zeitpunkt gewesen sein hier, zu 6 US-Dollar Cent. Und ich für meinen Teil habe mir selber gesagt, ich habe ein Learning vom Anfang des Bandmarkts gezogen, dass ich nicht schlechte News einkaufe. Und die schlechten News waren hier eben im Moment, dass Crow wohl möglich die Nächsten sind. Da hatte ich dann auch keine Lust mehr, dann irgendwie noch den Crow Token zu holen, weil das Risikoverhältnis, ja, falls es wirklich passiert wäre, wäre der Token natürlich innerhalb von ein, zwei Tagen 80, 85 Prozent im Minus. Und dieses Risikoverhältnis, um einen guten Einstieg zu haben, ja, war mir einfach nicht wert in dem Moment. Man muss ehrlich sagen, jetzt hatte ich das Ganze ja ein bisschen gelegt. Aber ich muss natürlich auch sagen, Geduld am Markt zahlt sich für mich immer aus. Und zwar, die Crow-Thematik ist jetzt sicherer als vor zwei, drei Tagen. Das auf jeden Fall. Ich sage nicht, dass die Crow-Thematik schon komplett vom Tisch ist. Ich hoffe tatsächlich, dass Crow sogar als Sieger herausgeht, ja, weil ich glaube, wenn Crow das überlebt, und das sieht momentan gar nicht mal schlecht aus, ja, wir haben gesehen, dass sie sich einen riesigen Stresstest unterzogen haben. Das haben wir alles in anderen Videos auch schon besprochen. Ja, dann glaube ich auch, dass Crow hier wieder sehr, sehr stark draus rauskommen kann, ja, wenn die ganze Sache wirklich vorbei ist und Crow sich wirklich bewiesen hat. Die haben ja super viel für Marketing investiert. Und das heißt doch, die sind unglaublich gut aufgestellt. Wenn diese Krise vorbei ist, dann ist es doch super, ja, weil die Crow-Arena steht, alles ist super. Aber selbst jetzt ist der Crow-Preis immer noch auf 6 US-Dollar Cent, auf 7 US-Dollar Cent. Und genau deswegen meinte ich, hey, es ergibt für mich keinen Sinn, jetzt hier versuchen, den Tiefpunkt zu catchen, in der größten Angst, weil das Risiko viel zu hoch war. Ja, meiner Meinung nach. Jeder kann da natürlich seinen eigenen Plan verfolgen und sollte das auf jeden Fall tun. Ich hätte es nicht gemacht. Und ich finde jetzt persönlich, wenn man unbedingt Crow einkaufen möchte, dann ist jetzt womöglich ein besserer Zeitpunkt, auch wenn die Sache noch nicht durch ist, ja. Und da kommen wir auch gleich zum nächsten Beitrag. Jetzt kommen wir auch zu den Impressionen aus dem Kryptomarkt. Und zwar, wenn Crow down geht, war es das mit Krypto. Weil gerade in der WM und überall wird Werbung gemacht und wenn sie down sind, dann glaubt niemand an Krypto mehr, never. Da muss ich erst mal sagen, man denkt, dass niemand mehr an Krypto glaubt. Das wäre aber natürlich, und da stimme ich dir auf jeden Fall zu, das wäre ein wirklicher Schlag für Krypto. Also auch mit Vertrauensbruch. Ich denke mal, das muss ich hier keinem erzählen. Besonders natürlich auch, weil Krypto.com, wie gesagt, hier sehr, sehr stark aufgestellt ist, ja, in der WM, starke Werbung am Start hat und auch sehr, sehr benutzerfreundlich ist. Und wenn dann so eine benutzerfreundliche App auf einmal weg ist, dann, wow, überhaupt nicht gut. Aber wie ich denke, ja, Zeit heilt alle Wunden. Und wenn es wirklich Kryptobörsen gibt, die übertrieben overlevaged sind, dann sollten die am besten jetzt verschwinden und nicht erst irgendwie in drei Monaten, wo die Sache dann fast ruht. Aber jetzt zurück zum Kommentar und zwar. Wir sollten Crow unterstützen. Sie sind schließlich für Krypto ein gutes Projekt. Und da bin ich ebenfalls der Ansicht. Krypto.com ist meiner Meinung nach eine wirklich gute Börse für Anfänger. Das haben viele nicht verstanden, weil ich Krypto.com immer mal kritisiert habe oder da auch ein bisschen distanziert dem gegenüber war. Aber ich bin einfach kein Krypto.com-Fanboy, der sagt, wow, die gebühren, alles super. Krypto.com hat für mich Schwächen, aber sie haben für mich auch sehr, sehr krasse Stärken. Aber weiter müssen wir jetzt eigentlich nicht darauf eingehen. Ich denke mal, wir haben hier noch ein paar weitere Impressionen. Und jetzt kommen wir tatsächlich mal eigentlich, muss ich wirklich sagen, zu Negativität. Ich muss ehrlich sagen, das betrifft den kompletten Kryptomarkt. Irgendwo muss man ja seinen Frust rauslassen. Daran sieht man eigentlich auch wieder, dass viele wirklich sehr, sehr emotional an ihrem Krypto-Invest hängen. Aber was will man sagen? Ich thematise es jetzt einmal und dann sollte es eigentlich mal gewesen sein. Von Tim Christoph. Und die Videos beziehen sich hier besonders auf dieses Angriff auf Krypto.com. Das wurde vom Algorithmus natürlich hier ein bisschen mehr ausgetragen als die anderen Videos. Und daher bekommen wir natürlich auch ein paar mehr Kommentare. Aber ja, was soll's. Und zwar, es funktioniert alles super. Es dauert nur etwas länger. Aber was für ein Clickbait, alter Schwede. Mach richtigen Research. Und dann kannst du einen Videopost aber nicht so einen Dreck behaupten. Gut, darauf wollte ich jetzt mal eingehen. Und zwar kann es natürlich immer sein, dass man einen Titel falsch liest. Ich habe tatsächlich auch viele gehört, die dann mir bei diesem Video hier vorgeworfen haben, was für manipulierte Auszahlungsprobleme. Und haben mir dann auf ein Telegram geschrieben, was ist das denn hier, bla bla bla. Aber ich denke mir so, guck dir doch erst mal das Video an. Der Titel ist reißerisch. Keine Frage. Aber guck dir doch das Video erst mal an, bevor du irgendwie urteilst. Weil dann würdest du tatsächlich verstehen, dass ich sogar Crypto.com in Schutz nehme und diese Meinung, die wir auch von Matthias Jans gehört haben, widerspiegle, dass Crypto.com gut ist für den Cryptospace. Dass ich immer noch viel von Crypto.com halte. Und dass es eben genau darum geht, dass Crypto.com auf Crypto-Twitter und ich denke mal, nicht so viele benutzen Crypto-Twitter. Man hat da auch nicht so die Zeit für. Aber ihr glaubt nicht, wie viele Angriffe innerhalb dieser Zeit komischerweise auf einmal alle gleichzeitig kamen. Crypto.com wird sterben. Sofort alles raus aus Crypto.com. Crypto.com wurde angegriffen. Ja. Und darauf wollte ich mich beziehen. Ja. Da kommen natürlich dann so eine Kommentare. Aber ja, was soll man sagen? Ich würde tatsächlich auch von mir behaupten, dass ich mich in dem Thema, besonders in der letzten Woche, in dem aktuellen, sehr gut auskenne. Weil ich habe meinen freien Tag geopfert, wo ich gesehen habe, hey, diese gesamte Sache ist wirklich kritisch zu sehen. Hab meinen freien Tag geopfert, bin sofort nach Hause hier gefahren und bin seitdem sieben Tage hintereinander am Researchen. Ich werde hier langsam krank. Ich bekomme Kopfschmerzen. Ich bin komplett gestresst durch diese gesamten neuen Informationen, die Versuche alle in ein Video zu packen. In ein Video, was für dich zehn Minuten ist, sind für mich drei Stunden Aufwand. Das sehen die meisten Leute nicht. Das glauben die meisten Leute nicht. Aber naja. Und dann könnten wir hier auch gleich auf den nächsten negativen Kommentar eingehen. Ja, das ist unglaublich, was einem manchmal hier vorgeworfen wird. Vorab, erstmal habe ich keine einzige Partnerschaft auf diesem Kanal jemals angenommen. Alles, was in meiner Bio ist, sind Affiliate-Links von Produkten, wo ich selber sage, hey, meiner Meinung nach stehe ich dazu 100% dahinter und nutze die selber. Und ich habe mir das tatsächlich auch mal ausgerechnet. Ja, ich habe mir das mal ausgerechnet, wenn mich das interessiert hat. Wir können auch gerne mal, wenn euch das interessiert, gerne auch mal in die Kommentare schreiben. Was verdient man mit YouTube mit ungefähr so einer Größe an Werbeeinnahmen und so weiter? Wir können auch auf Affiliate-Links gehen. Dann würde man tatsächlich auch sehen, dass ich diese Videos hier nicht aus dem monetären Zweck mache. Da könnte ich auch einfach in einem Fitnessstudio schuften und würde da sogar mehr Geld bekommen. Ich habe bestimmt einen Stundensatz, Brutto, ganz richtig, Brutto, von 3 Euro. Ungelogen. Zumindest die letzte Zeit. Ich weiß nicht, wie es jetzt in dem Monat aussieht, weil ich mir natürlich nochmal extra Mühe gemacht habe. Aber ich habe einen Stundensatz, Brutto, von 3 Euro. Also was willst du mir erzählen, dass ich das hier mein Geld verdiene, mit Lemminge an die Klippe zu locken? Und dann würde ich auch gerne mal ein bisschen weiter verfahren und fragen, wen ich hier an die Klippe locke. Ja, ich rufe sogar dazu auf, kann man sagen, sich einen Ledger zu holen, sich um die Sicherheit zu scheren und kein Risiko jetzt in dem Moment einzufahren. Aber ich denke mal, somit können wir das hier abschließen. Ich bin doch auf gar keinen Fall der Einzige, der jetzt auf einmal eine Welle von ein paar Kommentaren bekommt. Keine Sorge, das ist eh 95% wahrscheinlich positiver. Aber es gibt immer mal ein paar Leute, die sich nicht mal das Video angucken und dann irgendwie Angst um ihre Investments haben und so weiter. Was soll man machen? Der Host bekommt ja auch absolut viel Kritik momentan. Ich denke mal, dem geht es weitaus schlimmer hier mit solchen Kommentaren als mir. Das ist natürlich auch nicht das Einzige, was mich erreicht. Wie gesagt, auch viele positive Meinungen, auch viele generelle eigene Meinungen finde ich sehr, sehr gut. Viele sagen auch, dass ich das gut zusammengefasst habe und auch einen guten Durchblick habe. Also vielen Dank hier auch an Marsman und an reiner Zufall, weil ich versuche hier nicht den Standard zu bringen. Ich versuche schon immer mit jedem Video einen Mehrwert zu geben. Okay, auch hier mit dieser CZ-Thematik im letzten Video. Da fließt natürlich auch noch mal einige Arbeit rein. Ja, und wie gesagt, auch viele eigene Meinungen, was ich ebenfalls sehr gut finde. Kritik ist natürlich auch angebracht. Dann sollte es aber meiner Meinung nach auch einen gewissen Halt haben und nicht einfach nur, aufgrund eines Titels hier rumgeheult werden und dann nicht mal das Video gehört haben. Es ist unglaublich, aber ich muss auch sagen, finde ich sehr gut, dass es eigene Meinungen gibt. Genauso sollte es natürlich sein. Und dann kommen wir zur letzten Frage. Das wollte ich eigentlich, wie gesagt, am Sonntag tatsächlich schon thematisieren. Und zwar Cointracking von Manfred PA. Wie sieht es aus mit Steuererklärung? Bis Historie nachweisen für das Finanzamt, wenn man die Coins auf einen Ledger oder eine Trust Wallet zieht. Das wäre mal interessant, weil ich darüber nichts finden kann. Wer eignet sich da besser als ich bei der Frage? Weil ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt die letzten vier, fünf Tage auch intensiv mit Cointracking dabei gewesen. Ich musste auch noch mal ein paar Sachen nachadjustieren. Der eine Kryptocoin hat diese Gebühren nicht drauf gehabt und so weiter. Und ich kann dir da auf jeden Fall sagen, das ist alles möglich. Wenn, dann musst du es auch mal manuell machen. Du kannst aber tatsächlich auch Ledger über CSV-Dateien machen. Ganz kurzer Einblick. Und zwar hast du hier bei Cointracking, da werde ich auch noch mal ein ausführlicheres Review machen. Aber da kam ich bisher noch nicht dazu, weil ja auf einmal ein Black Swan Event von der Ecke kam. Und zwar gehst du beispielsweise auf Coins eintragen. Erstmal gehst du hier generell auf alle Börsen, auf die du hast. Beispielsweise Maxi, Nexo, Crypto.com, Binance, Coinbase. Also gibt es eigentlich alles, was es gibt. Da kannst du tatsächlich auch noch mal draufgehen. Wir gehen hier erstmal auf Binance. Dann siehst du folgende Informationen. Die CSV-Dateien gibt dir alle Informationen. Die API-Datei eigentlich auch, bis auf Provision. Wenn du überhaupt keine Provision hast, kannst du das hier noch mal lediglich mit API machen. Cointracking gibt dir hier beide Informationen. Und dann siehst du natürlich auch die Informationen, wo man den Binance-CSV-Import machen kann, wie man den API-Import machen kann. Da müsste man dann hier draufklicken. Bei Binance geht hier wie gesagt beides. Wenn wir auf Crypto.com gehen, sehen wir eine CSV geht und eine API. Das Problem ist, die API funktioniert nur, da können wir hier auch mal draufklicken, für den Exchange. Also nicht für die gesamte normale Crypto.com App, sondern nur für die dunkelblaue Exchange. Das heißt, bei Crypto.com müsste man einfach nur CSV-App-Import draufgehen. Ich muss aber tatsächlich sagen, das ist unglaublich einfach. Also jede einzelne Börse, die ich habe, habe ich eigentlich wenig Probleme gehabt. Natürlich musst du dann noch mal ein paar Sachen selber abchecken. Die Gebühren beispielsweise, wenn du von Crypto.com auf einen Ledger sendest, müsstest du selber eintragen. Ist aber auch gar kein Problem, weil du das eben selber siehst. Die Gebühren werden hier sozusagen nicht übernommen. Aber ansonsten ist eben alles sehr einfach und sehr verständlich. Dann kann man hier auch auf Dashboard klicken. Das ist jetzt nicht mein Account, das ist einfach nur ein Test. Und dann kann man eben auch noch mal abchecken, ja. Wie viele Ethereum besitze ich? Stimmt das? Okay, da mache ich dann einen Haken dran. Wie viele Litecoin besitze ich? Stimmt das? Kann ich einen Haken dran machen? Wenn da irgendwas nicht stimmt, dann gehst du einfach hier wieder auf Coins eintragen, Übersicht, manueller Import. Siehst dann hier die gesamten Trades, die du hattest. Kannst du hier dann draufklicken. Kannst dann hier eben nach LTC gucken, nach Litecoin beispielsweise und kannst dann eben alle Transaktionen angucken, die du hattest. Siehst du, okay, hier, der war fehlerhaft. Gehst du drauf, gehst auf Editieren und kannst dann eben alles eingeben, so wie es richtig war. Und das habe ich alles gemacht. Wenn du mit Ledger importieren willst, musst du hier einfach nur ein bisschen weiter runterklicken. Da gibt es natürlich auch Wallet Imports. Dann gibt es Bitbox, Exodus, Ledger Live und dann gehst du einfach hier drauf. Und dann zeigen die dir auch die Informationen, Einzahlung, Auszahlung und Gebühren. Dann wirst du die CSV-Datei im Ledger Live downloaden und einfach hier reinziehen und dann sollte es eben alles fertig gemacht werden. Natürlich immer nochmal abchecken. Das heißt, wenn du was implementiert hast, dann gehst du auf Dashboard, guckst dann eben nochmal nach, so und so ist es. Guckst dann hier nochmal nach, stimmt alles oder sind irgendwelche Gebühren hier nicht mit eingefallen und dann korrigierst du das im Nachzug sozusagen. Ich muss ehrlich sagen, bei Binance gibt es einige Probleme. Manchmal, da wurden die letzten Trades nicht übernommen, egal wie oft ich die CSV-Datei da hinzugefügt habe. Dann ist aber auch ganz einfach, dann gehst du einfach auf Coins eintragen. Wenn du zum Beispiel von Binance auf ein externes Wallet gesendet hast und das wurde nicht getrackt, dann kannst du auch einfach hier auf Neu gehen, kannst dann hier entweder auf Trade oder Transfer gehen und kannst dann eben die Informationen noch nachtragen, okay, mit der Gebühr, mit der Anzahl der Gebühren, mit der Währung. Das heißt, du kannst entweder Euro eingeben oder USDC, wenn die USDC zum Beispiel von Crypto.com oder so irgendwo anders hinsetzt und dann kannst du das, wenn da irgendwas fehlt, noch ergänzen. Und das hat bei mir tatsächlich, weil ich eben auch das Problem hatte, ich musste rückwirkend noch ein paar Sachen machen. Ich wollte alles getrackt haben, ich wollte alle Informationen haben. Und das habe ich jetzt die letzten vier Tage hinbekommen, sodass ich jetzt den Steuerreport dann hier auch ganz entspannt einfach machen kann. Aber wie gesagt, das war jetzt nur eine kurze Information zu dieser Frage, weil es eben wirklich so ist und weil es wirklich wichtig ist und weil ich wirklich hinter dem Projekt stehe und das auch selber nutze, weil die Sorge von vielen Personen ist, dass man das nach Jahren nachweisen sollte auch, wenn da irgendjemand mal fragt, ja, das Finanzamt kommt generell mit wenig Sachen hinterher, sagen wir es mal so, aber wenn sie dann auf einmal nach fünf Jahren da hinterher kommen, ja, ich glaube, es gilt bis zu zehn Jahre Nachwirkungspflicht. Das heißt, dass du es einfach nach zehn Jahren immer noch zeigen solltest, ja. Und das kannst du natürlich sehr, sehr gut mit Cointracking machen. Da bist du auf der sicheren Seite, kostet zwar jetzt nicht so wenig, aber es ist für mich die Sicherheit genau wie Ledger und da bezahle ich gerne das Geld. Ansonsten wissen wir ja, die FAQs sind natürlich immer ein bisschen entspannter, dass wir hier auch mal ein bisschen genauer auf die Themen eingehen. Ich hoffe, es hat dir soweit einen Mehrwert geboten. Schreib mir natürlich auch gerne mal in die Kommentare, wenn du bis jetzt dran geblieben bist mit Hashtag bis zum Ende und auch gerne weitere Fragen stellen, dann kann ich die im nächsten Video natürlich auch weiter beantworten. Falls irgendwas unklar war, natürlich auch gerne in die Kommentare. Wenn dich das interessiert, wie viel man als YouTuber verdient, dann können wir das natürlich auch mal gerne angucken, ja. Gerne, wenn ihr euch das interessiert, in die Kommentare, dann würde ich sagen, wenn du das nicht verpassen möchtest, gerne ein Abo da lassen und dann würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Peace out.